Ein herzliches Hallo an alle spirituelle Wahrheitssucher. Der schwedische Kunstmaler, Opernsänger und Archäologe Friedrich Jürgenson entdeckte die Transzendentalstimmen im Jahre 1959. Als er dann tausende von Stimmen auf Tonbändern hatte, wandte er sich zur Überprüfung an Fachleute. Sie kamen und untersuchten die Stimmen. Die Spezialisten vom Rundfunk brachten versiegelte Bänder und eigene Aufnahmegeräte. Von Schwindel keine Spur, kein doppelter Boden. Das war das Fazit ihrer Überprüfungen. Natürlich versucht die Wissenschaft das Phänomen objektiv und kritisch zu prüfen. An Hochschulen und in Forschungslabors werden mit modernsten Untersuchungsmethoden, mit Apparaturen, von denen sich ein Laie keine Vorstellungen macht, Untersuchungen durchgeführt. Hier werden die Stimmen seziert durch modernste Stimmenanalysatoren in ihrer Klangcharakteristik untersucht und oszillografiert. Laute in Bruchteile von tausendstel Sekunden zerlegt, gefiltert und verstärkt und Klangbilder mit denen des Experimentators verglichen. So werden alle Aufnahmegeräte wie das batteriebetriebene Tonbandgerät, das Mikrofon und die benötigten Messinstrumente in einem sogenannten Faradayischen Käfig untergebracht. Dieser ist ein Metallic, völlig geschlossener und geerdeter Behälter oder Raum, in dem keinerlei Radiowellen eindringen oder sonstige elektrische Felder einwirken können. Die Stimmen sind genauso auf dem Tonband mit gleicher Intensität mit ihrer besonderen Eigenart. Und dies, wo doch keine Radiofrequenzen in den Käfig eindringen können. So fällt hier die Annahme, es handele sich um zufällige Radiofloskeln und Einstreuungen weg. Nun stellt sich die Frage, was ist aus allem geworden? Mein Fazit leider nicht viel. Nur noch symbolisch gesehen befassen sich noch eine Handvoll Menschen mit der Transkommunikation, deren Ergebnisse aber in der Öffentlichkeit kaum wahrgenommen wird. Bisher gibt es viele Wissenschaftler, die der Ansicht sind, dass die Erforschung des geistigen Reiches unwichtig sei, da sie angeblich mit unserer Welt nichts zu tun habe. Diese wissenschaftliche Stellung führt leider dazu, dass ein sensationelles Phänomen in den Dreck gezogen wird und damit die gesamte Menschheit, denn ihnen wird weiterhin die Wahrheit unserer wahrhaftigen Existenz verheimlicht. Ich wünsche euch alles Gute und noch einen schönen Tag. Bis dann, Hermann.